hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft stone block 3 ich hab's mal wieder übertrieben und sieht's ne guckt euch das an also ich habe hier jede menge und den dinge gebraucht ich brauche hier immer nur ein zwei minütchen im kreis zu laufen und bekomme dann jede menge von diesen sachen ihr seht schon 1 2 3 4 5 stacks das ist ne menge so wir wollten nämlich dirt seeds machen und was war das andere weg dirt seeds und noch mal witchwater war das ne witchwater da haben wir's witchwater wird gemacht aus mit selium ok und mit selium kriege ich mit wird es sind ok da muss ich ihn dort sieht machen den mache ich entweder da drin oder botaniker im trott so farmland ok wie kriegt ein farmland na ho ok na ho farmland na ho und dort so einfach so und da ich habe kein dirt mehr aber keinen dörter ich da noch das habe ich auch nicht gehen wir schnell mal ein bisschen dirt hier holen vielleicht hat er ja auch ein bisschen dirt hier gefarmt in der zeit na ja vielleicht nix ist passiert oh mann oh mann oh mann oh ich nehme die mal raus wo ist denn unser habe ich auch nicht mehr noch mal drinnen hier so das wird jetzt gebraten jetzt warten mal dass nix passiert äh 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 okay claim chunks mining äh was das settings äh ne claim chunks habe ich doch gemacht ich habe hier chunks geclaimed sind claimt 16 von 500 ich sehe es wieso 16 ja 12 16 force loaded wie force load ich denn ah wie force load ich hm claim chunks nix force load ok also ist das nicht gelaufen weil ich nicht hier war sehr irre das ist natürlich schlecht kann ja hier nicht immer rumstehen ich muss die chunks so feed the beast chunks ne alles klar gut claim chunks habe ich gemacht den 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 und den noch mehr vielleicht passt es ja dann irgendwann 28 null plan force load äh geht gar nicht ne ja paar hatte p bin blind king verd es sind hier ausgeschaltet die zusammel war ich wache werden Force Loading gibt es hier nicht. Ne, sehe ich nicht. Wie kann ich denn Force Loaden? Was? Tja. Wie Force Lode ich? Kann ich hier mit Shift drauf klicken? Ne. Ne. Steuern. Ne. Irgendwie muss das doch gehen. Er hat jetzt nichts gemacht in der Zeit. Was kann ich denn wegmachen? Was kann ich mir da hier machen? Ähm. Ja, Shift. Was ist das denn? Oh, Force Loaded. Super. Aha. Da, wo ich jetzt stehe. Vor mir ist alles GeForce Loaded. Da bin ich mal gespannt, ob es beim nächsten Mal, guck mal an. Kupfer. Kupfer. Ja, wie viele Kupfer gibt es denn hier? Wie viele verschiedene Sorten Kupfer gibt es denn hier? Kohl. Kohl. Ist das nicht das gleiche? Kann das nicht da drauf? Krabbel. So, und Erde hatte ich doch auch eingeschaltet. Erde, 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 Erde. Da, ne? Äh, Settings da. Ja, da soll er meinen. Ja, okay, gut. Dann ist es halt so. Und hier kommt nichts drin. Kohl 12. Na gut. Dann, äh, eben nicht. Gucken wir das gleich nochmal an, aber jetzt GeForce Loaded hat. Weil hier sind wir in einer anderen Dimension, da kann er da ja nicht, ähm... Guck mal das nochmal hier an. Ja, alles gut. Sniper ohne Ende. So. Mal die Karte angucken. So. Äh. So, das ist hier alles. Kann ich jetzt mit Alt hier drauf drücken? Ne, wie war das jetzt? Mit... Luft, Steuerung. Ah, mit Steuerung. Kann ich das vor mir immer alles mit... Steuerung. Force Loaden. Und dann mal gucken, ob das hier besser funktioniert. Wenn ich hier aus den Chunks rausgehe. Werden die da hinten jetzt... Mehr oder weniger? Vor allen Dingen... Ne? Da, das hab ich alles... GeChunk Loaded, ne? Guck an. Wondering Trader. Was? Wondering Trader ist da drinne? Niemals. Wusste er dann. Wusste er dann. Hä? Äh. Also, irgendwie... Kapier ich... Ich kapier das nicht. Versteh es nicht. Hier ist alles geladen. Hm. Ich seh keinen. Ist der hier reingeplompst? Ne, das ist nur ein... Zombie Villager. Okay, gut. So, wir brauchten Dirt Seeds. Und... Was war das andere? Dirt Seeds, ne? Also, nochmal... Hitchworder... Hitchworder... Helium... Dirt Essence. Okay, da brauche ich Dirt Seeds für. Dirt Seeds kriege ich hier mit dem Zeugs. Dirt Seeds. Äh... Äh... Ja... Infusion Crafting. Also... Add mystical... Äh... Mystical... Agriculture... Oder wie das heißt. Also, das Ding braucht... Gold, Stone, Stone. Okay. Und das hier braucht... Gold. Also, ich brauche jede Menge Gold. Habe ich denn Gold? Ah, hier. Hier. Und zwei Blöcke. Ich nehme mal das Golde raus. So. Also, das Ding würde ich gerne... Kraften. Was fehlt uns? Vier rote Teppiche. Also, Teppiche hatte ich doch noch über. Was sind die Teppiche? Da. 32 Teppiche. Habe ich hier vielleicht Blumen drin. Drei Blumen. Okay. So. Machen wir das mal zum... Die. Machen wir das mal so. Ging das vielleicht auch so? Und jetzt... Den da in die Mitte. Tatsache. Acht. Nehmen wir erst mal nur Acht. So. Nochmal. Das Ding. Jetzt fehlt uns nur noch... Clean Stone. Clean Stone... Äh... Äh... Da. Ähm... Jo. Ich bin mal wieder voll bis oben hin. Bo, bo, bo. Gravestone Dust. War ich glaube ich... Ne, war da unten, ne? Da. Ja. Der war hier drin. So. Und jetzt... Komm. Zeig's mir. Äh... Stone. Achso. Konnte ich ja nicht rausnehmen. Äh... Bin ich verwirrt. So, jetzt aber. Jetzt haben wir's. Pass auf. Zack. Zack. Einmal den. Und dann... Davon hätte ich gerne... Habe ich jetzt kein Gold mehr? Oder habe ich keine Teppiche mehr? Äh? Äh? No. So. So. Davon brauche ich acht, ne? Eins. Zwei. Hm. Es fehlt. Gold. Und Teppiche. Also Gold ist nicht das Thema. Aber Teppiche. Dann mache ich mal noch... Ein paar Teppiche. Zwei von denen. 16 Teppiche. So. Ich habe... Beine. Wo sind sie? Dort zwei. Drei, vier, 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 fünf, sechs, sieben, acht. So. Das sollte reichen. Kommt hier alles nochmal rein? Das Herz kommt hier rein. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh... Äh, äh... Sollte passen. Ach so. So und so. Diesen Hammer. So, und jetzt muss ich hier noch mal ja, was ausheben, ne? Irgendwie so eh, warte. Ich mach das hier. So, in die Richtung hab ich ja schon mal angefangen. Ist hier die Mitte. Äh, ja. Zwei. Drei. Ja. Wird jetzt einfach mal so hier aufgebaut. So, reicht der Raum schon? Äh, könnte... Ne, noch nicht ganz, ne? Mach ich hier noch. So. Ja, hier ist doch gar nicht was. Ähm. So. Zwei. Zwei. Zwei und drei. Dann haben wir auf jeden Fall genug Platz. Hier, das lass ich mal so auf der Seite... Äh... Das da, ne? Zwei. 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 Dann ist dieser Raum, äh... Warte. Zwei zu klein. Zwei. 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 in der mitte ich da ein loch reingeballert wollte ich nicht licht nicht 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 ja kommen dann so perfekt jetzt möchte ich das ding nur noch hier irgendwie rein pflanzen das da aber brauche ich nicht mehr du kommst hier in die mitte gibt es hier in der mitte 1 2 3 5 6 7 8 9 10 gibt es nicht bin ich hier aber ruhig kommt hier hin dann kommen die dinger hier so am rand daneben daneben so und da hin ok es war dirt sieht ne ok wird sieht dirt sieht das war also farmland und da zieht der zit wird gemacht wie vier dort aus verrede schied und in ferium aus berlin schieds habe ich wo waren die jetzt da wo waren die hier prosperity prosperity wo sind die dinge da dann vier dort ja gleich mal mit dem hammer machen ist schon fast kaputt ja vier dort vier dort gravel vier stück hier dort aus perdi schieds und in die mitte was ich ja dabei habe wie wird es angeordnet jetzt habe ich nicht geguckt man an den ecken ist immer das material das ich herstellen will dann in die mitte dann vier dort kommen an die ecken also sprich dahin 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 und dann die dinge hier hin dahin und klappt das jetzt klappt das jetzt das parody schad war doch richtig geht drauf sie haben jetzt irgendwie klar mit der hand darauf klopfen oder ich mach mal das weg und ich mach mal rechts mit der hand gehen nicht okay okay ähm wie dann wie aktiviere ich das denn oder war das jetzt falsch rum nö ist doch richtig richtig ausgerichtet zack zack da 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 ja ja das ist richtig nur hab ich da noch irgendeine wand dazu ähm ja nicht das ich guck mal nach holst pss auto jump auf so okay ich hab mal nachgeguckt der fehler war hier muss noch äh entweder ein schalter drin oder ich hab jetzt mal einen rätstronenblock drunter gemacht dann geht das wenn ich das jetzt hier drauf packe um die partikel und es wird ein sieht und er zieht das habe ich jetzt zum dritten mal gemacht weil die aufnahme immer wieder angehalten hat und ich also ich hasse das neue wenn ich jetzt hier rumlaufe dann krieg ich hier ganz ganz schnell äh wollte ich zumindest meine dirtseats raus mit den dirtseats kann ich dann mit selium machen ne dirtseats und dann geht es noch weiter mit anderen sachen aber industrial hemp seed ich hab so viele seeds äh äh rin rin äh dirt essence ja die brauche ich ja äh das zeugs brauche ich das brauche ich nicht das kann man ja essen okay dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns morgen gehabt euch gut und tschüss ist